Das ist genau das, was wir gerade brauchen. Die Gräfin Maritza ist eine der schönsten Operetten überhaupt. Wir haben wirklich eine fantastische Sängerbesetzung, wo jeder genau auf seiner Partie, wie man so schön sagt, drauf ist. Das finde ich diesmal besonders überzeugend. Und das sind tolle Darsteller. Es ist ein frisches Konzept des Regisseurs, der aber auch genau weiß, was Operette bedienen muss. Und das Orchester kommt auch sehr gut mit diesem sehr gefühlvollen Kallmann-Stil zurecht. Aber das Wichtigste, Kallmann schafft es wie kein anderer, Fragen, die uns alle zutiefst bewegen, ganz allgemein gültig zu treffen. Er holt uns ab, bringt uns aber zu einem besseren, freudigeren Ort im Laufe der Zeit. Das ist genau das, was wir gerade brauchen. Liebes Publikum, ab dem 3. Dezember gibt es die Chance, den drückenden Alltagssorgen zu entfliehen, indem man sich von Kallmann, von den Problemen hinwegheben lässt. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei.